Satter Huhu, hat hochgeladen. Ui, Memo, ich will mal sagen, da gehen wir ganz entspannt. Einfach mal rein ins Video, ne? Let's go. Heute schiebt's aber ganz anders. Boah, ich dachte kurz, das wäre Kai Pflaume, Digga. Digga, ganz for real, in so schlechter Auflösung, sieht das so ein bisschen aus wie Kai Pflaume. So mit kurzen Haaren. Digga, ich sage, inskommt neuer Kai Pflaume einfach. So ein bisschen so, ne? Oder, Chat? So ein bisschen, doch. Willkommen zum nächsten Video. Alle schreiben den hungrigen Hugo, das muss ich mir noch reinziehen. Ist das okay für dich, Kevin? Boah, ich hasse hungrige Hugo, wie das ich jetzt so unlustig finde, Bro. Ich werde nicht einmal lachen. Okay, wir machen jetzt die... Alright, alright. Wenn du lachst, kriegst du einen in die Fresse gauen. Okay, deal. Ein paar Sekunden später. Mein Fahrrad wurde mir geklaut. Was hat er jetzt noch zu sagen? Also es gibt so ein von so 15 Videos von hungriger Hugo, die sind richtig stark. Das hier ist bis jetzt stark. Yeah. Also was schon mal safe ist, ist eine Frage, go nachher mit Danny zu zweit. Ich glaube, das ist witzig. Also wenn man jetzt eine Person auswählen müsste, mit der man den Rest des Lebens zusammenlebt. Also sagt es so, wie es ist. Bei mir ist es Honeypuh. Ja? Schnell rausreden. Unbewusst, so lange, dass du da warst. Wer ist denn das für dich? Hey, bist du nicht? Haha. Alright. Dann weiß man noch, welchen Typ Frau Sascha steht. Okay, okay, okay. Hab ich mir bei Sascha aber eh gedacht. Sascha mag blonde Frauen, glaube ich, dachte ich mir schon immer so. So ein bisschen doch, doch. Tschau. Sohn! Grrrr, 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 grrrr! Alright, perfekt. Oh ja Chat. Alright. Ist das erlob von dir? Kann ich gerne heuer? Vorbereitungen. Solltet, musste sein. Er hat gefragt, kann ich gerne heuer für das neue Camp. alle besprechen das neue camp und sascha liegt im bett wo hat knossi ein neues setup als ding ist chat ich war ja nie so der große knossi fan also ich kam ja auch weiterhin seines streams ist es mir zu viel einfach so muss ich sagen aber das ding ist ich kann nicht mehr was gegen knossi so wie sagen weil ich habe ihn kennengelernt er war so nett ist die scheiße so so ich dachte er war immer ich vorher wusste ich hatte ich sowas was halte ich von ihm so ein paar sachen fand ich halt nicht so cool aber jetzt habe ich nicht kennen er war so fucking nett ist das ding ich konnte mich so gut mit dem unterhalten deswegen jetzt kann ich nichts mehr sagen ja also ja er war ja auch unendlich nett scheiße was soll ich tun er war wirklich richtig nett so man kommt sich echt gut mit dem fuck naja wir machen weiter wir sind hier nämlich beim besten gamer deutschlands ok also wir machen jetzt alles unter 2k ja ich sag mal wie schwer kann es sein wie mache ich das dass ich da so perfekt rüber gleite oh ja nice junge holl nicht nur weil ein bisschen bein fehlt digger ich bin 22 und deshalb ist es auch kein problem wenn ich mit einer 17 jährigen wer der 22 wäre was zu haben deine regel ist müll meine regel ist gut dein alter durch 2 plus 7 wenn sie dann die zahl hat oder drüber ist darfst du punkt was ist eigentlich mit dem jungen los heißt der eine wichser mit dem blauen haaren und ich weiß der nette hier heißt reso und für den spruch gibt es bald eine zerstörung von reso so ein video hier zwar noch nie gemacht aber ich glaube dass zur zeit der richtige augenblick dafür ich weiß auch nicht digger ich bin so wenn sowas richtig blau kraut und braun klei blau kraut und jetzt schlagen jugend schütze alarm wenn nico auf videos reagiert na doch nicht mein typ oha krasser vibration bass nico dicker wenn kevin jetzt bei mir könnte er auch machen was er will so er könnte auch auch oha daddy färbt ab scheiße mann ja ja genau oder ich frag die mina wer ist es meine haushilfshilfe haus meine haushilf hilfshilf hilfhaushilf boah chat ganz for real ich glaube ich hole mir eine haushaltshilfe ganz for real hilf aus an wer heißt für kevin seine haushaltshilfe 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 sprachenlernen babbel alter hier ist meine zahnbürste verfällt ich hab die gerade gesucht aber wir putzen doch gleich die zähne chat er hat mir heute früher nicht die zähne geputscht kurz zum zähne putzen putz 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 ey ich hab auch schon ein bisschen zähne geputzt digga putz und schrubb muss man halt manchmal passiert halt schrubb schrubb vorsichtig mit deinem porsche zwei masken so nah beieinander in dem hotelzimmer wo auch das band verrückt war bro ich hab zwei masken immer dabei weil das ist halt wichtig junge dicker wirklich ihr seid deutsche fbi es ist echt creepy warte ich hab zwei ooooh ja geiler song wa du kannst doch nicht an der stelle den song skippen brooooh so unsatisfying oah ok ich brauch dich kurz sonst hätt ich inhaltlich gekickt digga ok danke kevin bruder warte und Untertitelung. BR 2018